ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge king of the hill und ich wurde hier nach dem landen direkt geschossen genau nach dem landen von dem ding und ich weiß aber nicht von wo ich glaube es war friendly fire aber da der eine nach dahinten geschossen hat kann es sein dass da hinten doch leute liegen kann das gar nicht beurteilen ich weiß es nicht okay dann rücken wir mal ein bisschen weiter vor ja und natürlich wieder mit dabei zum einen hat hier gerade schon gesprochen der liebe über mensch und in der stadt wartet wie schon die ganze zeit der liebe race hallo hallo so du sagst du sollst würde ich kämpfen da habe ich nicht gesagt ich kämpfe nicht ich mach meinen rollern runter sagt wartet auf uns wie schon die ganze zeit der liebe ist jetzt irgendwo im haus und wartet auf gegner ich hoffe man hat es nicht gehört doch war voll laut manchmal hat mein mikrofon so ein bisschen den den spacker wenn ich es hoch mache das ist nicht gemütet und jetzt hat gemütet also ich hab's gehört was vor uns auch geradeaus ja genau sie zu ihm auch er habe ich gesehen der ist gerade gekriegt also schräg nach links rüber geladen das ist halt einer ernsthaft mit dem heli auf dem turm nummer vier gelandet er ist immer noch da gleich am eck ich hab da eine nade reingeworfen und er hat überlebt wie auch immer das geschafft hat du hast ja aber der hat direkt hier drin gesessen direkt vor der nade man hat ihn noch laufen sehen weil der hunter ist voll an den heli gefahren der da auf der straße stand ja ich bevor ich jetzt versuche dich zu reviven würde ich ganz gerne wissen wo der typ ist wenigstens geh am besten rein und spray nach links weil da stand der nämlich okay der hat gerade spreng voller gesetzt hast du auch gehört oder hörst du dich ja aber so kummel der hat da in der ecke gesessen und noch ein kill nice vielleicht keine magazine mehr so ich überlebte ich gerade wieder ich war so gerade ja sicher dass ich das bin steht da ja ich bin tot ich bin tot ja in meinem haus ist einer der kommen aber ich glaube ich respawn weil ich keine money mehr habe ja danke dir verdammt grad in den turm reingelaufen gegner ok ne das ok einer einer ist tot aber es ist einer noch im turm drin warte mal ich tue mich mal ganz kurz heilen oh ich lauf durch den baum geht alles wenn ich aber zurücklaufe denselben weg geht es nicht mehr das ist ja genius komm ich geh voraus du gibst mir hinterher ok ne ich geh nicht in den turm rein so ich hab mir jetzt auch den silencer gekauft ddf ich hab ihn und er hat mich könntest du vielleicht so ein wenig hochkommen ja von hier hinten kam irgendwo schüsslich ich bin auf der zweiten etage turm also der plateau da wo man hochgehen kann auch auf dem plateau ist der oder was ne ich hab ihn aufgeholt er mich ich ihn ja aber da schießt doch noch jemand weiß ich nicht oben drin sind schuss leuchtschdinger bei uns siehst du dass jemand schießt in der base stehen wieder drei leute auf kam risiko wenn ich sterbe du bist dran schuld sterbe nur für dich ok also mal hoch zu sprain da müsste nämlich noch einer sein der flausel dann ist da oben noch einer der den wiederbelebt hat ja dann rennen wir schnell hoch und hol den anderen auch nö ich belebe schon wieder ich hab früher angefangen ich bin schneller der ist ein noob aus dem werfschissen weißes smoke da oben rein ja da sieht man dass sie sind da oben habt ihr jetzt übrigens auch ein night vision bekommen der lebt wieder der lebt wieder warte 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 tot warte ich leb noch ja ich weiß aber warum heilst du dich wenn da oben doch einer vor uns wieder lebt und kommt grad sowieso noch einer hoch ok ich bin auch tot hä aber was macht denn dieser andere fecke der da oben noch drin hockt den die ganze zeit wiederbelebt das ist ja voll der noob der hockt nur da und belebt ihn wieder und macht sonst gar nichts draußen schnitt oder was hat leider keine night sonst hättest du die geworfen und gekillt soll ich mal gucken ob wir vielleicht auto holen können oder so nö da kommt aber grad die mohawk ja egal hummingbird ist cooler ja hummingbird wär jetzt aber Geldverschwendung na ich hab jetzt schon gekauft ja wo sind denn jetzt die kochen boah was macht der also ich dachte schon zum klick ans vorbei lol wo muss er hingehen ja lol geh nicht zu mir und die idioten natürlich nicht morgens größer größeres ziel so was machst du vielleicht ein stück zurückschroßen dass die leute bei mir einsteigen und nicht bei dem andern fliegt er los auf und auch wenn doch go go so da geht es einmal ab ja yes sir fang überhaupt 8 kills fangt überall lassen wir einfach auf der insel landen und ins gebäude reinrennen und da steht da überhaupt eins dann wieder mit dann wieder mit 5 pantern rumfahren im kreis und so ja wir nehmen nach soll ich irgendwo landen und dann irgendwie dass wir aussteigen können oder was soll ich tun ja aber musst du jetzt schon langsam machen weil die sind hier auf dem offenen Feld meistens wir können auch ich kann da oben auf dem dach landen hier oben landet auch lieber hier hat mich gerade abgestreckt ist immer auf dem kohle der flug skills alles rot raus wenn ich gemein werde ich jetzt auch auf unlock getrückt ne auf lock getrückt und die letzten darin eingesperrt ja immer dieser moment wenn du die night vision anmachst ja dass du so kurz blind ja also richtig blind ja ja ich wollte grad wieder kills ohne ende so nice da links was? wo? ich weiß gar nicht wo du bist boah der moment wenn du um die ecke lunzt mit night vision und vor dir nen nade hochgeht der moment wenn liquid duck wieder 500 meter irgendwie woanders hingelaufen ist ich bin überhaupt nicht hingelaufen ich wollte gucken weil dort die ganze zeit leute sind wooo vor mir ist ein haus eingestürzt ich hab night vision an ich bin total blind wooo ein kampfjet wooo mein haus ist eingestürzt mit hoch kampfjet wahrscheinlich ja ja äh patrick wenn du nach links läufst müsstest du zu mir kommen können ok in die richtung noch weiter links ach ne für dich für dich doch links siehst du mich nicht auf der minimale oben links klar hab ich eins kein problem hier links ah du bist ah ich hab den falschen punkt ne umdrehen in andere Richtung genau so wie mich einer gerade fragt do you have a mad kit for me du musst der straße folgen ach welche ach egal ich respawne okay ich hab gerade nach dem falschen punkt und gesagt so links 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 dabei warst du der andere punkt ich dachte schon so hell ist er am Meer oder was haha oh heli nice neeein neeein auf turm 4 steht ein heli ja ich weiß der ist ja vorhin gelandet hast du mir nicht zugehört das ist ein witz als ob ich dir zuhör den haus 1337 ist ein gegner die morhawk 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 da ah verdammt da ist gerade einer hinter mir mit schallsfallschirm gelandet ich hab den aber nur so spät gesehen bist du tot? nö ich bin jetzt mit ner leeren morhawk los weil hier einfach keiner nervös ist btf was hat der denn gemacht? ah der war übermenschwolle getötet ah der war die ganze auf dem Balkon ach ich sehe hier hinten mehrere leute da sind geht doch gar nicht oh da kommt noch mehr ja ich bin auch da bist du der Mauerflieger ja ja willst du die Mauer fliegen? ähm warte ja ich geh raus warte warte noch nicht raus noch nicht raus ja jetzt raus hm hm jo jo danke sagst du abstellst oder wat nö aber ich würd lieber rausspringen und dann ballern ja wir warten noch wenn ein paar leute kommen noch jo jo das spawn ja gerade die ganze zeit leute jo jo eben alter auf dem dach warum bewegt das die ganze zeit da sollen wir ruhig hocken bleiben jetzt guck mal sobald einer eingestiegen ist spawnt der nächste glaub es reicht jetzt oder? können wir hoch oder warte ja flieg los flieg los warte ne ich flieg nicht los weil hinter uns ein Kampfjet ist ja alter überall um mich rum fliegen die brocken du äh das Kampfjet auch hinter uns ja dreht gerade oder? jetzt ist es weg wa? ne der dreht ey fliegt wieder in unsere Richtung ne der fliegt nicht zu uns fliegt nach Pyrgos fliegt nicht zu uns fliegt nach Pyrgos fliegt nicht zu uns fliegt los jo so warte jetzt ey jetzt kommt er wieder das ist doch nicht sein ernst wa? das ist nicht sein ernst laut Radar kommt er wieder von hinten ich seh ihn nicht ja laut Radar näher dass ich uns auch mega schnell sogar oh das ist ein Jet ne? ja wo bin ich denn überhaupt? ey jetzt ist er nicht mehr zu sehen da bin ich ja fliegst du bitte hoch wenn du das ist oder willst du ein Needle schwingen? ne ich will Lampen gib mehr Punkte ich steig aber mit aus also keine sorge achso ey dieser typ warum läuft der denn die ganze zeit der soll immer ruhig hocken bleiben jetzt so ein wenig probleme mit dem Lampen thanks for the ride ne oh cool alter solche Leute sind cool ey ja so einmal raus so Level 6 guck mal wie viele da von denen rausgesprungen sind man ich bin Level 5 welche Level bist du? äh 8 lol einen hab ich gekillt der ist direkt vor mir gelandet schuss auf uns vorsicht schuss auf uns raced und wo denn? war grad ein schuss keine ahnung hat sich richtig angehört dass er auch von uns kommt pass auf du hast Medi von links und den krieg ich raus mit Ansage ey das gibt's doch nicht warum ich schieß dreimal auf den Typ und der verreckt einfach nicht rechts von uns ist auch noch einer mit Fallschirm da wo der runter kommt sind ganz viele eben gelandet stimmt jetzt sechs oder sieben Leute ja der Orca da warte mal kurz keine Gefahr ja Entweder wir kommen ja hat der Orca auch Waffen ähm Mann hier ja das kann man kaufen entweder als Transport oder als Kampf ok hier vor mir auf dem Dach sitzt jemand aber da guck mal was hinten uns auf der Kampfschutz schießt da ja boah das ist richtig op wenn du so'n Ding hast das ist richtig op ich glaub damit musst du aber auch erstmal richtig fliegen können ey ja nicht so einfach ja das meine ich ja ich find's auch schwer Mann hier der Wald und Wiese Boah endlich mal ein Headshot gegeben ey Wurde auch mal Zeit So was macht der Typ hier der zappelt sich einen ab und hier oben ist auch einer ja unsere Morhawk ah die landet oder ja die landet mhm oh das wird nicht cool weil er ein Kampfjet ist peck und noch ne andere Morhawk ok weiter ich glaub da hat sie grad alle genutzt ne ja ja der YNK äh YNK BYNK BYNK Chris ist hier bei uns hier ist Chris K BYNK BYNK Wal security ja ich weiß ja ich weiß WDF Der eine lebt noch aber ich bin tot lol was jetzt kommt der Schuss Kannst du mich reviven? Einer von euch? Ja, ich kann es probieren. Ja. Neben dir steht auch einer. Warum macht der nichts? Weil es ein random ist? Revive Übermensch. Läuft. Ich hoffe jetzt nur, dass keiner mich killt. Ich finde es immer geil, wenn mir erst das Licht sieht und dann die Explosion. Ich sehe halt nur seinen scheiß Arm, ey. Oh, ich höre das Kampfjet. Danke, Ray. Ja, ich auch. Ok, der läuft rüber. Der ist jetzt oben bei der Klappe am Dach. Ja, ich habe es auch gesehen. Da siehst du die Sniper runtergucken. Es läuft einer die Treppe hoch. Ja, die killen den jetzt. Hoffe ich mal. Lass die doch auch. Ja und es kann aber auch Widerstand sein. Das stimmt, ja. Da kommt noch einer. Was geht denn da für Action jetzt bei denen gleich? Was geht denn da für Action jetzt bei denen gleich? Kann ich auch mal hingehen? Dann hätte ich unsere Fraktion auch mal in den Kampf. Du warst ein Penner. Boah, Schüsse auf mich. Boah, wir haben hier höher. Boah! Ich konnte den die ganze Zeit nicht treffen. Voll Kacke. In dem Haus sind überall Leute, ne? Ja auch mehrere Stockwerke. Teilweise unten ... An den Treppen und Fenster. Aufm Dach? Ja aufm Dach. Unten drunter ist einer, in dem unten drunter ist noch einer. Einer hat ein mega, das ist ein Headshot gefressen von mir grad. Habe ich einen gekillt? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe gerade von irgendwo einen Schuss kassiert. Hier oben ist nämlich noch ein Sniper. Muss mich wieder, äh, muss mich beatmen. Boah, jetzt auch noch Schüsse auf mich. Da habe ich einen gekillt. Ey, ich bin hier bei mir im Haus, genau unter mir, ist einer WTF. Ich weiß nicht, was für ein Haus du bist. Gar nicht. Alter, ich werde von irgendwas voll geblendet. Ja, das ist die Mohawk hier, die abgeschüttet ist. Das ist doch kacke. Der eine Sniper wird auf jeden Fall wiederbelebt. Ja, boin. Schön. Ja, leider kann man hier nicht aufs Dach hoch, weil die Leiter verpackt ist. Dann bleibe ich hier einfach in meinem Haus kurz. Warte, bis ich die Lage entspannt habe. Ja. Also auf dem Dach, von dem Gebäude, wo die ganze Zeit geschossen wurde, sind noch, glaube ich, zwei Leute. Boah, ich bin tot. Ja, da in dem Balkon, am Balkon ist noch einer. Könnte vielleicht einer herkommen, ich revive. Wäre voll, voll spitze. Bin auf dem Weg, ja. Das Gefühl, das wird eine XXL-Folge, wa? Wir sind jetzt, glaube ich, 21 Minuten, also geht noch. Ah, geht noch. Bist du im Gebäude drin? Ja. Zweite Etage, glaube ich. Ähm. Aber ich glaube, ich bin im falschen Gebäude. Nee, du bist im richtigen. Der ist doch in dem hinteren, oder nicht? Es sind doch zwei. Ja, ich bin, äh, in dem Eckgebäude. Ja, genau, ich sehe es. Du meintest, da wäre noch einer drin gewesen? Nee, es sind alle weg. Warum kann ich den nicht killen, ey? Ich raff's einfach nicht. Okay, ich sehe da einen Leiche. Das ist aber auch saumies, weißt du, wenn du Leute siehst, die laufen dann auf der Stelle und dann laufen sie auf einmal weiter und sind irgendwo anders oder so. Das ist total strange. Oh, lol! Da war direkt einer an deiner Leiche, ne? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich konnte das Revive nicht abbrechen. Machen wir ein Respawn? Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ein Versuch ist nochmal, aber wenn ihr jetzt schon Respawn geklickt habt, hat sich das ja erledigt. Aber ich, ich verstehe jetzt einfach nicht, warum ich so oft die Leute täte, treffe und irgendwie auch nicht und... Keine Ahnung, das ist sauverpackt. Alles Käse mit keinem FPS und Legs und... Boah, der hat verpackt mit einem Hemming-Böll. Echt? So nice. Richtig geil aus, wie der schießt. Nee, woher kommen die Schüsse denn? Nein, das ist kein... Das ist ja gar nicht. Das ist nicht dumm zum überhaupt, ne? Ich auch. Der Typ hat bei mir keinen. Doch, dann geh schon. Tja, warum schießt einer mit Leuchtspur-Munition auf Gegner hier? Nicht nur, dass er da komplett meine Position verrät, sondern der hat den 7. Mal gekillt. Äh, der fliegt nicht ernsthaft nach Kavala, oder? Nö, der fliegt halt übers Wasser. Boah, ich bin die ganze Zeit am Nachladen und krieg keine Kills mehr gerade. Kein Bock mehr zu hocken. Ich schlaf gleich ein. Denkst du, der landet? Hihi. Ich glaube ja, der fliegt ja relativ niedrig. Jawohl. Nee, jetzt geht der hoch. Warte. Wir fremden uns bei Chris, okay? Ja. Ich häng hier irgendwie. Danke. Kann net, ich kann net, ich kann net, ich kann net. Abspringen. Jetzt. YOLO! YOLO! Ich bin bei der Ente. Ich bin bei der Ente. Ich kann net. Spielplatz. Ich kann überhaupt net lenken. Ich bin jetzt total offen, auf dem offenen Feld. Ebenfalls. Oha, hier im Haus ist einer. Ja. Die Typen zeigen sich aber auch alle nicht. Einmal nur so ganz kurz. Ab ein. Nice. Ah, da vorne seid ihr jetzt. Versuch mal zu. Oh Gott, hier ist ein Teammate hinter mir. Aufpassen, weg von Turm 4, weg von Turm 4. Da sind ganz viele Leute. Ja. Wer ist hier vor mir? Ich. Ich sein. Aber ihr müsst aufpassen von hinten, da sind auch noch Leute, ne? Jo. Wir haben Polizei HQ, gell? Jaja. Auf beiden Türmen. Beziehungsweise auf dem einen kann man ja glaub ich nicht drauf, ne? Der kriegt mich nicht hier, alter. Das war aber ne enge Kiste. Ein HP hab ich noch. Lol. Haha. Na, dem im Klaus, würd ich sagen. Ja. Nate kill, digga. Hast du Nate kill? Alter, warum hält er diese scheiß Waffe nicht ruhig? Ach. Ist aber auch ein cooler Bug, wenn du einfach die Tür zumachst, wenn der Nate kommt. Kein Schaden. Lass. Cool, oder? Ja, wurde hier oben drin getötet. Willst du dich nicht mal heilen oder so? Das weiß ja, wo die Sniper waren. In Turm 4 ist einer von uns, ne? Da, einen gekillt. Sehr schön. Oh, ich hab auch noch... Ne, ich hab nen Boa gekillt. Du hast nen Boa. Komm mal hier rein ins Haus. Da ist noch mindestens einer. Nein, keine Nate hochwerfen. Oh nein. Nein, die ist nicht oben. So. Ja geil, alter. Hat sich bis jetzt echt gut gelohnt hier, die... Session. Okay, House is clean. Nice. Ich lieg hier noch. Ich hab die noch im Blick, wenn die aufstehen unter sich zeigen. Dann ist der direkt wieder... Schieße wir ins Gesicht. Läuft gerade irgendwie, wa? 14 Kills. Bis vierten in Folge. Ja. Ist alles zugesmoggt, ey. Ist sicher oben gar nichts. Ja, die werfen jetzt auch die Nates. Also die wollen scheinbar echt uns hier rausbekommen. Die zeigen sich nicht mehr. Aber ja, aber wir sind jetzt schon bei knapp 28 Minuten. Also ich zieh so 2-3 Kills. Machen wir noch und dann... Ist hier aber auch Folge vorbei, du. Okay. Ich hab halt einfach in jedem Magazin noch so 4-5 Schuss. Ich hab zwei Stücke getötet. Oder einen. Einen. Mit der Hammingbird. Da ist ein Hammingbird gelandet. Da waren ganz viele Leute drin. Nice. Nice. Oh. Nein, 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 nein. Die brauchen wir mal. Scheiße, da ist noch einer. Lol, die Netze sind mal voll schlecht geflogen. Wo ist der? Ah, ich schau da. Genau da, meiner Leiche. Also ich werde beschossen. Ich kann mich nicht bewegen. Der ist tot. Keine Ahnung, wo der war. Lohnt sich nicht mehr zu respawnen, oder? Wenn wir jetzt schon fast am Ende sind. Was, warum hab ich den Kill nicht gekriegt? Boah, ich seh voll viele Leute gerade. Aber ich hab keine Munition mehr. Einen Schuss hab ich in dem Magazin noch. Lohnt sich ja voll. Kacke. Und wie viel hab ich denn im letzten? Das schieß ich noch leer. Und dann ist nämlich auch die Folge vorbei. 30 Schuss. Okay, ein volles Magazin hab ich noch. Boah ey, wenn du hier vom Spawn rein guckst nach Kyrgos, alles brennt. Richtig geil sieht das aus. Ja und ich treffe gar nichts gerade. Loh, wirklich. So komisch. Sieht echt geil aus. Okay, ich treffe nichts. Ich mach jetzt YOLO-Action. Ich hab kein Bock. Okay. Ich will nochmal sterben jetzt im Abschluss wenigstens. Der erste bewaffnete Helikopter ist ab Level 22. Ich hab jetzt. Nein, stimmt nicht. Einen Nate noch und 6 Schuss. Könnt mir von dem jetzt Magazine holen. Hab ich aber keinen Bock. So. Noch ein Nate-Kill. Jawoll ja. So. Schönes Ende. Nochmal 2 Kills geholt. Ja, jetzt hab ich. Was? Hä? Ich hatte 14 Kills. Hol noch 3 Kills. Und hab immer noch 14 Kills. Voll gut. Naja. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Schreibt was in die Kommentare. Und nächstes Mal gibt's wieder in regulärer Länge oder überlang. Kommt drauf an den. in was für einer Situation wir uns befinden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Tagen bei der nächsten Folge. King of the Hill wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.